Unsere Sendung über Überraschungen und Exotik in der Schweizer Gastro-Landschaft geht schon langsam wieder am Ende zu. Zum Schluss, wenn wir ihnen aber noch etwas Sonne ins Herz zaubern, uns tritt schnell in die Südsee. Dass sie mehr zu bieten hat als nur Traumstrand und Palmen, bewies das Restaurant Mauri im zürcherischen Schlieren. Egal zu welcher Jahreszeit, im Restaurant Mauri im Herzen des Lümmertals herrscht ständig mildes Südsee-Klima. Und das seit der Eröffnung vor eineinhalb Jahren. Die sogenannte Pacific Rim Cuisine nach Schlieren gebracht hat dieser Herr, Stephan Bernett, Geschäftsführer, Besitzer und Trendsetter. Das Hawaiianische Konzept, das Pacific Rim, kann man sagen, ist eigentlich eine Kombination von Asiatisch, USA, Amerika, Westküsten. Es hat neuseeländischen Einfluss. Es ist extrem breit, extrem spannend und man kann eigentlich von Fisch zu Fleisch alles kombinieren. Es braucht Mut, ein Genusskonzept dieser Art in der Agglomeration von Zürich umzusetzen. Laufkundschaft? Fehlanzeige. Trotzdem spült es die Kundschaft täglich in das Restaurant mit Pazifik-Ambiente. Ausgezeichnet mit dem zweiten Rang in der Kategorie International des Publikumspreises Best of Swiss Gastro. Man muss sich überlegen, warum sollen jetzt die Leute zu mir kommen essen? Weil wenn sie Hunger haben, können sie zu Hause essen. Sie wollen etwas erleben, sie wollen etwas Spezielles haben und man muss ja irgendwo durch. Die USPs oder die Unix Special Products, die muss man einbauen in sein Konzept. Und wegen dem kommen die Leute zu einem. Und wegen dem ist man das, was man dann schlussendlich erwischt. Die USPs entstehen hier. Herr der Pacific Rim Cuisine ist Marco Marc. Hier zaubert der Küchenchef ein typisches Gericht. Beef and Reef. Zartrosa gebratene Rindsgelee Streifen kombiniert mit Black Tiger Krewetten und frischem Gemüse. Die Kombination von Fleisch und Fisch zeichnet die vielseitige hawaiianische Küche aus. Das ist schon eine Herausforderung, Fleisch und Fisch. Viele kennen es nicht. Auch durch die Gäste nie anzubieten, außer versuchen sie uns schmackhaft zu machen. Das ist eine Herausforderung. Auch für mich selber ein neues Ziel zu erlernen. Auch für mich selber persönlich. Das ist das. Auch bei diesem Gericht weht einem eine sanfte Südseebrise um die Nase. Ahi-Tatar-Tiki-Sticks. Eine exotische Kombination aus Thunfisch-Tatar, Wachtelei und Pesto-Crostini. Man wächst immer mehr da rein. Und jetzt ist es hauptsächlich nur Pacific Rim Cuisine. Und dann lernt man immer mehr dazu, wie das auch funktioniert, dass die Gäste auch das mögen. Mit seiner Pacific Rim Cuisine entpuppt sich das Maori als exotische Perle in der Schweizer Gastronomielandschaft. Mahalo! Stefan Bernet und sein Team freuen sich auf Sie! ! Und seitens Mosm argument? Unsicherheit.